Ich werde immer wieder gefragt, Geo, soll ich mir einen Chestrick holen oder eine Weste? An einer Weste könnt ihr mehr befestigen. Ihr habt auch mehr Schutz, wenn ihr zum Beispiel CQB spielt und ihr seid etwas empfindlicher. Da bietet eine Weste mehr Schutz von vorne und hinten. Chesttricks sind in der Regel günstiger. Ihr könnt natürlich nicht so viel befestigen wie bei einer Weste, aber ihr seid wesentlich leichter und minimalistischer unterwegs. Sehr, sehr gut geeignet für heiße Sommertage.